Hallo, mein Name ist Steffi. Das Thema des heutigen Films lautet Bestimmen von Lebewesen. Auf Spaziergängen siehst du oft sehr viele verschiedene Lebewesen, Tiere, Pflanzen und auch Pilze. Nicht alle kennst du gleich mit Namen. Wenn du also wissen möchtest, um welches Lebewesen es sich handelt, kannst du das durch Bestimmen herausfinden. Was bedeutet das nun? Das Bestimmen ist ein Verfahren, mit dem du durch Abbildungen oder einem Bestimmungsschlüssel den Namen eines Lebewesens feststellen kannst. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere es am besten.